so dann sind wir wieder zurück ja dann geben wir erstmal den modox auf den gründen anscheinend die sind nämlich näher du bist doch nur ein knall ihr habt doch nichts entschuldigung für meinen schluck auf da haben wir den so jetzt nach den modox klark keine ahnung was er macht kann der nene ach keine ahnung wenn er sehen was er droht Haufen Mist, Alter Zeug ist alles nicht so gut Rezept? Äh Urlaub, Küstenläufer Du wirst uns sagen Ich habe kein Ziel Nein, wusste nicht Okay, der muss reinhören Tipp davon haben, ey Okay, wir haben sie Das war's Das war's so so was kann ich für euch tun auf heißer spur der flussworten habt etwas über die knoll herausgefunden soll es sein witz sein ich lache nämlich nicht fetzen von roten stoff was soll das heißen wie läuft hier modok jagd na klasse ich glaube davon habe ich einen ganzen stapel in meinem schreibtisch der wachhaus wieder am anfang was wissen wir jemand der die gerne geschichten über die schreibt hat ein brief geschickt wir stecken anscheinend mitten in einer geschichte geschichtsgeschichte und dann haben wir hier einen echten fall grünen stahl da wollen die anwohner offenbar nicht so reden und die anhaltspunkte die wir von den gewonnen und drocks gewandt haben und so gut wie wertlos wir müssen müssen auf plan halt nach lucia ausschau verkaufen sicher ist ein alter mann von mir der sich in den alten kürbishof der braunwirbels niedergelassen hat geht nach westen zu den gehöft und findet heraus was du weißt falls euch etwas in mumpets erzählt sagt einfach das uratio euch geschickt hat das lichtsegnal so hallo ganz ehrlich wir haben einfach keinen platz mehr für so wie kann ich euch helfen er ist doch nicht hier oder er weiß doch sicher dass ich mich nicht voll wie ein versteckt habe habe mich nur für ein welchen bedeckt gehalten versteht ihr ganz ehrlich wir haben einfach kein platz also ok jetzt schon jetzt zwei kürzern wie sogar drei er zu eigentlich sollte ich gar nicht mit euch reden aber schulde radio den einen oder anderen gefallen ich weiß eigentlich gar nicht darüber was mit dem braunwirbels passiert ist aber vielleicht kann ich euch trotzdem weiterhelfen berechtigt eine große kiste das war mein zu hause aber vorreich geworden bin jetzt fühle ich ein leben von den jeden land streichel heim hat also ihr schnappt euch jede jetzt mal dieses wohnkiste hier und macht wie oft zum jagen groß schacht ich weiß nicht von ihr bringt bis zum ende der mine vor und versteckt euch dort in der kiste okay bevor wir die diese verdammten wo wollte mir meine inkelbein verpasst haben war ich will im pest als bester kerzenlieferant und meinen so genannt sogar der ausspruch ich nehme kerze hier das war ich über haben immer gerufen du nicht neben kerze und ich habe geantwortet ich nehme kerze und den den schädel eingeschlagen freundlich dem träumt einen moment lang das waren gute zeiten die besten zeiten jetzt so ich kann noch nicht mal ohne hilfe auf die toilette gehen wollt ihr mir helfen ich würde ein paar gewollte für mich ihr solltet ihr solltet ihr solltet einen ganzen haufen von ihnen in der mine wenn ihr finden oder müsste hier eigentlich noch eine jahre mama ist der letzte das leben im westfall ist schwer söhntchen jeder tag ist ein kampf manchmal vergeht wochen zwischen anständigen mahlzeiten deswegen ist es so wichtig dass wir uns gegenseitig beistehen vielleicht könnt ihr ja mit der packen backe matschkuchen und benötigt noch ein paar zutaten sagt mir das frische matsch von kürbisbeet und von dem haus ein paar kajotenschwänze also ihr könnt überall in den wildes von kajoten finden an die arbeit wir haben merken zu fällen oder einfach nicht arm zu sein alter bilder oder gedanke einfach einer mit ist dann schlicht die hier die ganzen wildtiere töten aber jetzt ist jetzt vielleicht nicht das beste wetter her nach ich muss zuerst etwas anvisieren das wird kommt tatsächlich schon zu mir ich muss zuerst etwas anvisieren ach ja so dann haben wir das fertig ich schicke mal einen auch noch rein ich brauche ein ziel so komm unterwegs oder was ich nehme kerze ich nehme kerze ich brauche ein ziel ich brauche ein ziel Wenn ich jetzt das mache, kommen wir durch Ok, bin wunderbar Schade, ich dachte wir kommen durch Na gut Schade, die hätten leben können Aber wenn sie nicht wollen Dann ist das so Ich muss zuerst etwas anvisieren Und zack So, jetzt bauen wir noch das ab Verstecken wir uns hier Wenn wir nicht mal anvisieren Was will kleines Menschi Warum rufen Gulubdok Traurig Das ist das Leben, das ihr erhofft habt Gulubdok, ein Marschburen unternehmen Gefühlt aus einer Höhle raus Gulubdok euch zerquetschen Oh, wagt ihr es die Grenze zu überschreiten und euer Leben zu riskieren? Ihr könnt versuchen mich zu töten und versagen Oder ihr könnt Operation Option 2 werden Was Option 2 Ihr schließt euch mehr an und ich werde euch mit Reichtum und Macht überschütten Also du kannst zwei Möglichkeiten sterben oder reich und mächtig sein Ich habe mir schon gedacht, dass ihr etwas von meiner Wart aus sehen werdet Ich werde euch Bescheid geben, wenn die Zeit gekommen ist Okay Not to know Not to know Ist wieder was hier lang, ne? Tch wir sind rausgekommen ohne akku zu ziehen easy leute das ist doch easy an der stelle so dann gehen wir die quest ab und bin ich glaube ich sogar schon die folge nur hält sich die ohren zu empfangen ganz laut zu sprechen halt halt ich will gar nichts hören ich will nicht wissen und egal ist mir auch solche information können einen in der gegend dass hier das leben kosten als kann ich euch noch verraten und das war's dann okay kann man dann gleich machen sie ist die gerechtigkeit diese koppel abzuschlachten wird mich nicht dazu bringen wieder wie normaler mensch zu laufen das wird mir auch kein mir auch sicher keine arbeit einbringen aber es tut dir auf jeden fall verdammt gut schon begreift in einem schmutzigen alten beutel ihr habt das für euch und meiner zeit als cobert ihr euch können ich könnt ihr damit erst ankommen rein gar nicht alter let's kuchen backen sich nicht von selbst normalerweise mir knurrt schon neben der magen wenn ich euch gerieche ich werde heute abend fürstlich essen jetzt matschkuchen geben ja ok akzeptieren wir jetzt einfach mal so wie es ist dass wir gerade einfach weg gegessen haben ein paar rohlinge sind vor kurzem auf den hofen aufgetaucht haben eine menge ärger versucht keine ahnung wo her kommen oder für wen die arbeit aber ich bin mir sicher dass sie nichts gutes im schilfe ich habe sie vielleicht über ein paar den gesprächen hören die euch interessieren können interessant findet ihr die rohlinge hinter dem bauernhaus wenn man euch ertappt oder umbringt ich weiß nichts von euch ich habe euch noch nie im leben gesehen viel glück junger gut dann machen wir das in der nächsten folge